Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute aus Wiedenbrück und aus Grüßersloch zwei Plätze auf einem Video. Ich bin hier heute mit Coasterlinks und für den Nylstein und der wird auch direkt gerade mal eine Runde mitgenommen. Ich liebe Nylstein nämlich. Ich habe die Farbe gesehen, und ich habe das Gefühl, was ich jetzt mit dem Nyl sonra hier. Ich hab mich verloren. Ich habe das Gefühl, was ichией gemacht hat. Ich hoffe, dass du bist, dass du immer. Ich hoffe, dass du nicht zum Glück hast, dass du nicht zu Hause gegeben hast. Ich hoffe, dass du nicht zu fare. Danke schön! Die Fahrt war tatsächlich echt gut für den Nachmittagsfahrt, hatten gute Überschläge, nein, ich habe nicht zählen können, ich war ein bisschen überfordert mit der Lage, ich habe es nicht erwartet. Eine Runde auf dem Shaker, Shaker Roll von Schäfer, wenn ich ja den höchsten hier von letzten Mal war, da hatte ich nur eine Hand verstaucht, heute hoffentlich nicht. Leute, bitte jetzt in der nächsten 4 Minuten bisschen entflächeln, wir haben so ein paar Kameras auf Bord, das landet alles auf YouTube. Komme ich jetzt ins Fernsehen? Nein. Hi! Hi! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Freunde, ich will mir nicht, dass hier ein Missverständnis aufkommt. Ja! Ja! Sieben Überschläge auf dem Shaker Roll! Super Fahrtgarten! Leider mittenmäßig! Pech gehabt! Als die Pause dran kam, hätten wir fast den Überschlag gemacht. Was will wir machen? War auf jeden Fall recht gut. Kostet 4,50 Euro übrigens. Also genau wie in Hüsten. Die Pfeffer ist halt in Hüsten. Und jetzt geht es ganz schnell weiter in Vitaslo, um dann nochmal den Platz sich anzugucken und dann nach Hause. Es geht eng heute. Ein paar Minuten später und wir sehen in Vitaslo. Hier steht unter anderem der Heroes, der auch in Hüsten stand vor zwei Wochen. Und der Falter. Musik 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 Jetzt hat einer seine Jacke rausgeschmissen. Da hat eiskalt jemand seine Jacke während der Falter rausgeschmissen. Ich glaube, die Idee war jetzt nicht die Beste. Hartbar. Ja. 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 War ok, aber jetzt ist geil. Verbesserung ist möglich auf jeden Fall. Es gibt die Tage, an denen ich nichts geschissen bekomme in den Videos. Heute ist so ein Tag gekommen. Ihr seht es gerade. Ich habe euch jetzt trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Musik Tschüss. 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 Tschüss.